Alle sind außer Rand und Band. Vom 1. bis 4. November kommen Bürger, Bauern und Banditen zum Jugendkongress für eine gerechte Welternährung nach Hannover. Doch warum diese Aufregung? Weil es so viele tolle Workshops gibt. Weil ich mich darauf freue, mit anderen Musik zu machen am Lagerfeuer. Weil ich mich auf die Kleidertauschparty freue. Weil ich wissen möchte, ob wirklich so viel Essen weggeschmissen werden muss. Weil ich hoffe, einen neuen Markt zu erschließen. Weil ich endlich vegan kochen lernen möchte. Weil ich so gern esse. Weil es da lecker Tofu-Wildschwein gibt. Weil wir gemeinsam neue Wege ausprobieren wollen. Weil wir gemeinsam abhängen wollen. Vom 1. bis 4. November findet der Kongress Bürger, Bauern und Banditen Jugendkongress für eine gerechte Welternährung in Hannover statt. Wir wollen gemeinsam kritische Themen im Zusammenhang mit der heutigen Ernährung und Lebensmittelproduktion beleuchten. Und wir werden aktiv. Im Radio, auf der Bühne oder Spontan in der Fußgängerzone. Sei dabei! Musik Spontan in der Fußgängerzone. 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 Spontan in der Fußgängerzone.